Moin Moin und herzlich willkommen zum Copter College. In meinem ersten Video hatte ich euch ja schon den Quadrocopter und Hexacopter vorgestellt. Jetzt möchte ich einmal individuell auf den Quadrocopter eingehen. Dieser Quadrocopter ist für einen Kunden gebaut, der damit sowohl ganz normale Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen machen möchte und dazu bereits die X5 auf einem Osmo hat und der zusätzlich Wärmebild machen möchte, zum Beispiel zur Inspektion von Solarzellen. Das heißt, wir haben hier die Kombination einmal aus der X5 hier oben und unten drunter der Optris PI400. Hier kann natürlich auch die 450 oder die 600er zum Einsatz kommen. Das ist völlig frei in der Wahl, die der Kunde hat und welche Auflösung er bei der Wärmebildkamera haben möchte. Selbstverständlich ist es hier auch möglich, eine Flirr einzubauen. Hier ist der einzige wichtige Punkt die Bildübertragung. Im Moment gibt es da mit dem hier verbauten Konnex-System noch Probleme. Deswegen arbeiten wir aktuell gerne mit der Optris, weil es da keine Probleme gibt und die Speicherung der Wärmebilddaten auf dem kleinen Computer geschieht, der hier hinten eingebaut ist. Das zeige ich euch gleich noch, wie dieses Gestell hier hinten aussieht und was da drin realisiert ist. Zur Ausstattung des Copters. Wir verwenden hier einmal das E1200 Pro Propulsion Antriebssystem. Das sind selbstverständlich Klapparme. Das heißt, ich entriegele das hier einmal und dann werden die Arme nach unten geklappt, sodass ich auch trotz des großen Copters und des Gewichts von gut 8 Kilo Abfluggewicht mit den 2 x 10.000 mAh Akkus, sodass ich trotzdem ein sehr kompaktes Abmaß für den Transport habe und natürlich auch entsprechend schnell einsatzbereit bin. Einfach nach oben verriegeln und dann sind das hier Klapprotoren. Das heißt, einmal die Sicherung entfernen, die Propeller öffnen und das war's. Und dann kann ich sofort losfliegen. Als Flight Controller kommt hier auf diesem System der brandneue N3 von DJI zum Einsatz. Das ist quasi der Nachfolger der NASA. Allerdings um einige Stufen verbessert mit zwei Kompass-Systemen, mit zwei EMUs. Das heißt also, wir haben hier schon ein sehr, sehr ausgereiftes System und für einen solchen Copter völlig ausreichend. Man muss hier nicht auf die etwas teurere, professionellere A3 gehen, sondern für dieses System ist die N3 völlig ausreichend. Dann kommt zum Einsatz die Lightbridge 2. Das heißt, für die Bildübertragung der X5 Kamera und zur Steuerung des Copters wird die Lightbridge 2 verwendet. Da zeige ich euch gleich einmal, wie dann das Menü aussieht. Zeige ich euch, lasse ich euch einmal einen Blick drauf werfen. Das wird eben auch mit der DJI GO 3.0, also der alten DJI GO entsprechend geflogen. Das Landegestell ist eine individuelle Anfertigung, kommt von Tarot in der Basis, ist aber noch ein kleines bisschen modifiziert. Die Centerplate, die ist individuell zusammengestellt, also auch individuell gefräst mit den entsprechenden Materialdecken, sodass eine hohe Stabilität erreicht wird und alle Komponenten so, wie das der Kunde wünscht untergebracht sind. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, zwei Akkus unterzubringen. Wie gesagt, hier bei diesem System arbeiten wir mit zwei 10.000 mAh Akkus. Selbstverständlich sind auch andere Größen möglich. 10.000 mAh ist zurzeit ein optimales Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung, die damit gebracht werden, sodass wir damit optimale Flugzeiten erreichen können. Die Optris hier unten ist auf einem Zweiachs-Gimbal aufgehangen. Das heißt, die Stabilisierung geschieht sowohl in der Roll- als auch in der Nick-Achse. Eine Drehung ist nicht erforderlich, da die Solarpanels ja meistens seitlich abgeflogen werden, sodass also eine Drehung der Kamera jetzt nicht erforderlich ist, sondern eine Drehung der Kamera über den Kopter erfolgen kann, zumal solche großen Kopter auch sehr, sehr ruhig in der Luft liegen, sodass also eine Drehung der Kamera hier quasi überhaupt nicht über den Kopter stattfindet, wenn es nicht gewünscht ist und über die Steuerknüppel angeregt wird. Von daher reicht hier also einmal die Roll- und die Tilt-Achse, wie das Ganze dann aussieht. Wenn ich den einmal hier in die Hand nehme, dann seht ihr das. Das heißt, wir haben hier adäquat oben zur X5 die Stabilisierung in die Richtung und dann eben auch die Stabilisierung in diese Richtung. So wie wir die X5-Kamera über die Fernsteuerung schwenken und drehen können, das heißt, wir haben ja hier hinten an der Fernsteuerung, so wie wir es von der Inspire auch kennen, das Drehrad und mit dem Drehrad kann ich die Kamera einmal nach oben und unten schwenken. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit, die Kamera hoch und runter zu schwenken. Drücke ich einmal die Taste unter der Fernsteuerung, wenn die entsprechend programmiert ist, dann kann ich die Kamera nach links und rechts schwenken. Nun ist es so, dass ich die Optris auch nach unten schwenken möchte. Problem dabei ist, dass auf der Lightbridge dafür keine zusätzlichen Kanäle vorhanden sind. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, das aktuell auszukoppeln. Deswegen nutzen wir die Connex, das ist das Bildübertragungssystem, Full HD Bildübertragungssystem Connex und die Connex hat einen Rückkanal und dieser Rückkanal wird von uns genutzt. Das heißt, wir haben hier an der Seite eine kleine Box angebaut, die seht ihr hier. Und diese kleine Box hat einmal einen Drehpotentiometer und einen Schalter. Und der Drehpotentiometer, der ist eben genau dafür da, um die Optris nach oben und unten zu schwenken. Ihr seht das jetzt einmal hier im Bild. Ihr seht also einmal jetzt im Bild, wie das nach oben und unten schwenkt. Und dann natürlich auch hier drüben an der Kamera. Das heißt, wenn ich jetzt einmal an dem Potentiometer drehe, seht ihr, wie die Kamera dann nach unten schwenkt, respektive nach oben schwenkt. Das heißt, ich kann im Flug genau den Winkel einstellen, damit ich parallel zu den Solarpanels meine Kamera stelle. Zusätzlich gibt es hier noch einen kleinen Schalter neben dem Potentiometer. Und hiermit starte ich die Videoaufnahme der Optris. Das heißt, wenn ich den jetzt hier einmal hoch, sollte hier unten im Display Start Recording erscheinen. Wenn ich den wieder runter, dann Stop Recording. Das heißt, ich kann im Flug die Aufnahme der Optris ein- und ausschalten. Hier seht ihr das Wärmebild. Der Monitor hat zwei HDMI-Eingänge. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir hier oben einmal das Wärmebild anzeigen zu lassen. Und ich kann alternativ, wenn ich hier unten beispielsweise Flugrouten mir anzeigen lasse, dann auch hier oben das normale Bild anzeigen lassen. Ich schalte dann hier einmal um. Ich muss jetzt einmal ein bisschen mir das nach hinten kippen, dass ich das sehe, wo der Schalter ist. Ich schalte dann hier von HDMI 1 auf umgekehrt von HDMI 2 auf HDMI 1 um. Und dann sollte ich nach einer kurzen Gedenksekunde hier oben dann das Bild sehen. Das heißt, ich habe also die Möglichkeit, mir hier oben auch das Echtbild anzeigen zu lassen. Wenn ich hier unten Flugrouten abfliege, kann also hier entsprechend über die beiden HDMI-Eingänge umschalten. Hier unten seht ihr ganz normal die DJI GO App. Das heißt, hier sind alle Funktionen drin, so wie ihr sie auch von der normalen DJI GO App, die ihr mit einer Phantom 4 oder einer Inspire fliegt, kennt. Das heißt, wir haben hier sämtliche Einstellmöglichkeiten. Alles, was ihr entsprechend kennt, ist hier vorhanden. Einmal die, ich muss hier ein bisschen durchgucken, einmal die normalen Abfragen und dann hier entsprechend in den Menüs die verschiedenen Funktionen mit der Return to Home, mit der Return to Home Rückflughöhe, den erweiterten Einstellungen, Expo-Werten und so weiter. Das heißt, also ich habe hier alle Einstellmöglichkeiten, so wie ihr sie kennt, über die Fernsteuerung, über die Bildübertragung, Gimbal, Akkuzustand und die erweiterten Einstellungen und habe natürlich selbstverständlich hier unten die gesamten Kameraeinstellungen. Das heißt, ich habe hier unten alle Kameraeinstellungen, wie ich sie ganz normal von der X5 am Inspire kenne oder wenn ich die Z3 verwende, dann eben an der Z3. Also alle Möglichkeiten, wie bei dem ganz normalen Copter, gleiche App, gleiche Einstellmöglichkeiten. Auch hier, wenn ich hier drauf tippe, die verschiedenen Funktionen, Point of Interest, Waypoint, Home Log und Course Log, auch die sind vorhanden. Das gleiche gilt dann auch, wenn ich beispielsweise mit der Autopilot App fliegen möchte. Ihr seht hier unten, die Autopilot App verbindet sich sofort mit der N3 und wenn ich dann hier auf die, auf die, auf das Flight Dashboard gehe, seht ihr einmal hier entweder das Kamerabild oder eben hier die Kartenansicht. Das heißt also, ich kann auch alle Funktionen, die Autopilot bietet, mit diesem Copter nutzen, denn die N3 verwendet die gleiche SDK Software Developer Kit wie alle anderen Coptern, ist also komplett zueinander kompatibel. Was ich euch jetzt noch einmal zeige, ist, wenn man den Copter nur alleine mit der X5 fliegen möchte, dann geht das ganz einfach. Ich stelle jetzt einmal die Fernbedienung hier so ein kleines Stückchen zur Seite. Dann zeige ich euch einmal hier an der Seite. Wir haben einen Stromanschluss. Das heißt, hier ist der Stromanschluss, mit dem diese gesamte Box unten, wo die Connex Übertragungstechnik und der Mini-Computer von der Optris drin ist, verbunden. Das heißt, wir ziehen hier einfach einmal nur diesen Stecker ab. Das ist also die gesamte Verbindung. Dann gibt es hier auf jeder Seite zwei Rändelschrauben, die wir einmal lösen müssen. Einmal schnell hier ab. Schnell ist gut, die sind relativ lang, die Schrauben. So, alle vier Schrauben ab und dann wird die ganze Box hier unten einfach abgenommen und das war's. Das heißt also, das ist dann quasi die komplette Optris-Einheit hier mit der Aufnahme-Box, dem Connex Bildübertragungssystem. Die entferne ich einmal. Ja, und was dann übrig bleibt, ist im Prinzip ein ganz normaler Quadrokopter mit einer X5, die ganz normal quasi wie ein Inspire geflogen werden kann. Ich hätte hier mit einer zweiten Fernsteuerung auch die Möglichkeit, den im Dual-Mode-Betrieb zu fliegen. Das heißt also, noch mit einem zweiten Cam-Operator zu fliegen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Das einzige, was hier jetzt noch fehlt, ist ein Antikollisionssystem. Da wird es noch einen Versuch geben, ob das aktuelle Guidance-System hiermit kompatibel ist. Das könnte man dann gegebenenfalls hier drum nochmal anordnen und hätte damit dann sogar noch ein Antikollisionssystem. Das ist aber im Moment noch nicht klar, ob das mit der N3 zusammenarbeitet. Ihr seht, es ist ein ganz individuell aufgebauter Copter, der ganz nach den Wünschen des Kunden aufgebaut werden kann. Wir haben hier die Möglichkeit, auch andere Sachen unterzubauen. Das heißt, wir könnten hier auch irgendwelche Gasmesssysteme unterbauen, wenn die in der Gewichtsklasse eines Quadrokopters liegen. Sonst müsste man eben auf einen Hexacopter gehen. Wir haben hier die Möglichkeit, Licht unterzubauen. Das heißt, wenn beispielsweise die Feuerwehrencopter möchte, um irgendwelche Sachen auszuleuchten, gibt es hier die Möglichkeit, sehr lichtstarke LEDs unterzubauen, um dann eben eine Fläche auszuleuchten. Also es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, das System individuell aufzubauen. Genauso was eben die Kamera anbelangt. Es muss nicht unbedingt die X5 sein. Wir können hier auch die Z3 beispielsweise, die Zoom-Kamera unterbauen, die für die optische Kontrolle, gerade bei Feuerwehreinsätzen, wahrscheinlich spannender ist, weil es da nicht auf den letzten Tick Bildqualität wie bei einer X5 ankommt, sondern eher auf die Möglichkeit zu zoomen, wobei auch hier bei der X5 das 14-42er Zoom-Objektiv von Olympus selbstverständlich verwendet werden kann. Ja, das ist die Vorstellung des individuell aufgebauten Quadrokopters mit seinen Möglichkeiten. Ihr seht, wir haben ein breites Spektrum. Wir versuchen, ein breites Spektrum abzudecken und wir versuchen, das Ganze auch möglichst intelligent aufzubauen, sodass der Kunde möglichst einen großen Nutzen davon hat und vielfältige Einsatzmöglichkeiten hat, um möglichst viele Bereiche und viele Wünsche entsprechend abzudecken. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Interesse an dem Copter habt, wenn ihr Interesse an einem individuellen Angebot habt, auf eure Wünsche zugeschnitten, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich stelle euch dann ein entsprechendes Angebot zusammen, berate euch, komme auch gerne zu euch und berate euch vor Ort ganz nach euren individuellen Vorstellungen und Ansprüchen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr dadurch wichtige Informationen bekommen habt. Ich freue mich natürlich immer über ein Like, über ein Abonnement meines Kanals und meine Internetseite www.coptercollege.de findet ihr einmal noch hier unten unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. In dem nächsten Video stelle ich euch dann den Hexacopter mit seinen Möglichkeiten vor. Bis dahin, gute Flüge, viel Spaß und wie immer, tschüss und moin moin.